Kadani Asana Setze dich gerade hin, dann beuge das rechte Knie und stelle den Fuß auf den Boden. Beuge auch das linke Knie und gib das linke Knie auf den Boden. Die Füße berühren sich. Gib dann den rechten Arm an der Außenseite des Beines entlang und fasse mit den Fingern um den großen Zeh und fasse auch mit der linken Hand um den großen Zeh des linken Fußes. Setze dich gerade hin, Wirbelsäule aufgerichtet, schaue zur Nasenspitze hin und konzentriere den Geist nach innen.